Audio Now Vater, Tochter, Weltgeschehen, ein Generationen-Podcast. Ganz kurz, ganz kurz. Du sagst das so schnell. Vater, Tochter, Weltgeschehen. Okay, aber dann musst du auch ein bisschen schneller reden. Vater, Tochter, Weltgeschehen. Zwei Generationen über Politik. Ein Stern-Podcast. Vater, Tochter, Weltgeschehen. Folge Nummer? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Gut, mir gegenüber sitzt mein Vater, Andreas, wir sitzen hier zusammen im Studio mit unserer Produzentin Ivy am Montagabend, den 23.11. und wir nehmen diese Folge auf. Papa, worüber möchtest du denn heute gerne sprechen? Kannst du mal diese Namensverwechslung beiseite lassen? Das versteht keiner, wenn man die letzten Podcasts nicht gehört hat. Das ist doch in Ordnung. Wenn ich die Kritik erhalten habe, dich nicht mehr Vater, Papa nennen zu sollen. Bitte nenn mich Papa, Vater, was auch immer. Also Vater, Tochter, Weltgeschehen heißt das hier. Mir sitzt meine Tochter Olivia gegenüber, die schon wieder frech wird. Und was wolltest du jetzt fragen? Im Alter von 30 Jahren finde ich es irgendwie wahnsinnig schwierig, gesagt zu bekommen, dass man gerade frech geworden sei. Das wird dich ewig begleiten. Das ist nicht schön so mit 60. Jetzt ist sie wieder frech geworden. Jetzt hat sie wieder Pfandflaschen geklaut. Ja, okay. So. Ja, was wolltest du jetzt gerade sagen? Ich möchte gerne mit dir heute über das Thema Frauenquote sprechen, Papa. Oh mein Gott. Jörn. Ja, Frauenquote. Okay, können wir noch mal einmal ganz... Ja, ich rede mit dir auch gerne über die Frauenquote, aber ich muss mich einmal noch mal kurz vor einer Runde aufregen über Trump. Ich weiß, das hatten wir jetzt in fast jedem Podcast, aber das macht mich echt fertig. Dann darf er ja auch in dieser Folge nicht sehen. Einmal kurz. Der Typ macht mich einfach wahnsinnig. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Okay, wir geben... Er kriegt aber auch... Ich finde langsam, angesichts der Tatsache, dass seine Amtszeit ja jetzt dem Ende zugeht, finde ich, sollte er auch nicht mehr so viel Platz in unserem Podcast bekommen. Dementsprechend limitiere ich jetzt hiermit Donalds Zeit auf zehn Minuten. Und ab jetzt... Auf geht's. Ja, okay, also zehn Minuten Donald, das verkraften wir. Vor allem danach kommt da die Frauenquote. Donald Trump betrachtet das Thema natürlich sehr persönlich aus seiner Sicht. Ich sagte jetzt gar nichts. Nee, das war ein dummer Scherz. War auch gar nicht so gemeint. Der Typ ist einfach völlig von der Rolle. Aber was mich wirklich... Ich meine, was mich jetzt wirklich umtreibt, also gilt jetzt in Amerika eigentlich der Wille des Volkes oder der Wille eines einzelnen Mannes? Ich meine, das müsste eigentlich eine rhetorische Frage sein, ist es aber nicht, weil dieser Kerl fast 40 Gerichtsverfahren angestrengt hat, um den Vorsprung von Joe Biden zu eliminieren und um sich selbst zum Sieger zu küren. Also er nimmt den Rechtsstaat als Geisel praktisch, um sein Unrecht durchzusetzen und seinen ganz persönlichen Machtanspruch, sein ganz persönliches Ego. Und für mich hat das ehrlicherweise auch Züge eines Putschversuches, muss ich wirklich sagen. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde es einfach unfassbar. Und dann diese republikanische Partei, wenn ich schon dabei bin, mich darüber aufzuregen, muss ich mich vor allem über diese Partei aufregen. Weil das für die republikanische Partei, vor allem für die Spitze, ist dieser ganze Vorgang eigentlich auch eine Art Charaktertest und den hat die einfach nicht bestanden, weil sie sich diesem rassistischen, narzistischen, rassistischen, größenwahnsinnigen Casinobesitzer unterwerfen. Aber den Grund dafür hattest du ja schon mal in einigen unserer vorherigen Folgen mehrfach genannt. Nämlich die Tatsache, dass es ja anscheinend niemanden gibt außer Trump, der gegebenenfalls die Partei noch einmal in einen Wahlkampf führen könnte, weshalb man sich ihm unterwirft. Verstehe ich das richtig? Das ist richtig, ja. Bis auf wenige Republikaner haben die irgendwie alle Angst vor ihm, weil er natürlich 2024 wahrscheinlich wieder antreten wird. Und niemand traut sich deswegen so richtig gegen ihn die Stimme zu erheben. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, ganz, ganz klar. Weil sie alle wissen und Angst haben, der kann ihnen mit ein paar gezielten Tweets hunderttausende wütende Wähler auf den Hals setzen und die dann bei den nächsten Wahlen, also bei den Midterms schon 2022, dass sie da aus dem Amt gefegt werden. Und das liegt mehr oder minder in seiner Macht. Also er hat die republikanische Partei nach wie vor voll im Griff. Und vor allem, wenn er erklären würde, dass er 2024 noch mal antritt, dann ist diese Partei an der Trump-Partei. Und dann erwarten auch die republikanischen Wähler, dass sich auch die Mandatsträger, die sich dann zur Wahl stellen, also auch bei den Midterms, Kongress, Senat, halbwegs genauso aufführen wie Donald Trump. Und jeder wird versuchen, ihn zu imitieren. Das ist einfach schrecklich. Da hätte das wirklich tatsächlich ein gewisses Risiko, nicht wahr? Also da sein, wenn du sagst, wenn er angenommen als Kongressman oder Abgeordneter würde man Donald Trump imitieren, bestünde ja genauso die Gefahr, dass eine solche Person dann eine verlorene Wahl anzweifeln würde oder anfechten würde und sich ähnlich undemokratisch wie Donald Trump verhalten würde. Genau. Vor allem, das wirkt ja auch, wenn du Umfragen siehst, nach den 35 bis 40 Millionen Wähler von der republikanischen Seite der Meinung sind, dass die Wahl gestohlen ist. Oh, Entschuldige bitte, ich muss dich kurz unterbrechen bei dem Thema Millionen. Ich glaube, wir sollten dringend einen Fehler korrigieren aus einem unserer letzten Podcasts. Ach ja, hattest du mich darauf angesprochen. Genau. Wir haben, glaube ich, im vorletzten Podcast hatte ich gesagt, dass die Arbeitslosenquote in Amerika bei 25 Prozent liegt. Das war natürlich Quatsch, ein Fehler, sondern die absolute Zahl der Arbeitslosen lag bei 25 Millionen. Die normale Arbeitslosenquote liegt jetzt zurzeit so zwischen sieben bis acht Prozent. Das habe ich einfach gemixt im Kopf. Also das muss ich damit einmal korrigieren. Ja, du bleibst mich auch daran, dass du da circa eine Stunde geschlafen hast und wahnsinnig viel Ingwerthähne übertrunken hast. Ja, so ist es. Das war nämlich genau in der Nacht zur Wahl. Egal, also... Worauf wolltest du denn jetzt hinaus? Ich wollte sie darauf hinaus, wer das eigentlich noch verhindern kann und dass Trump 2024 nochmal antritt. Und da fällt natürlich der Blick dann auf die amerikanische Justiz und auf die Frage, welche Verfahren erwarten Donald Trump in der Zeit, wenn er das Amt verlassen hat, ab 20. Januar 12 Uhr, was kommt da auf ihn zu und was kann ihm da eigentlich gefährlich werden? Eines jetzt von seinen ganzen alten Steuergeschichten. Ja, da gibt es ja Verschiedenes. Da gibt es Verfahren, die auf Bundesstaatenebene laufen, zum Beispiel in New York. Da dreht es sich um den Vorwurf des Kreditbetruges, Versicherungsbetrug, möglicherweise sogar Geldwäsche, wenn Zuflüsse aus dem Ausland an ihn belegt werden können. Die ganze Sache hat ein Staatsanwalt namens Cyrus Vance in der Hand, übrigens ein Demokrat, der übrigens damals auch den Weinstein vor Gericht gebracht hat und der treibt diese Sache voran. Der guckt sich die Steuerunterlagen an und dann gibt es natürlich auch die Aussage von Trumps altem Ego, seinem Anwalt Michael Cohen, der inzwischen mit ihm gebrochen hat, der aber zehn Jahre lang sein Ausputzer war und der hat vor dem Kongress ausgesagt, dass Trump seine Vermögenswerte um mehrere hundert Millionen Dollar nach oben gepusht hat, um günstig an Kredite zu kommen und um Versicherungsgebühren zu sparen. Wenn es dann aber um die Frage ging, wie viele Steuern er zu bezahlen hat, hat er diese Vermögenswerte dramatisch runtergerechnet, um so gut wie gar keine Steuern zu bezahlen. Also das sind alles so Sachen, die noch auf ihn zukommen. Und dann bleibt natürlich auch noch der offene Punkt, Obstruction of Justice, also die Behinderung der Justiz, die ja nicht weiter verfolgt worden ist, weil er einfach Präsident war und ist. Aber das war jetzt in dem Fall quasi, während er die Immunität hatte als Präsident. Und in Bezug auf die Verfahren, von denen du jetzt gerade sprachst, oder sind das nochmal andere Verfahren? Das sind nochmal andere Verfahren. Das, was ich jetzt gerade aufgeführt habe, das sind Themen, die laufen. Da spielt auch die Steuerbehörde IHS eine Rolle, die ihm aufs Dach steigt. Da geht es um Betriebsausgaben, um Honorare an Ivanka Trump in Höhe von 747.000 Dollar, wo man ein Fragezeichen dahinter macht, ob sie dafür überhaupt eine Leistung erbracht hat. Also da gibt es ganz viele Details, da müssen wir das nicht alles ausbreiten. Aber das sind alles Verfahren, die laufen. Und diese Behinderung der Justiz, da ist das Bundesrecht gefragt. Das heißt, das bezieht sich auf den Robert-Müller-Report. Du erinnerst das? Ursprünglich ging es um Einflussnahme der Russen und Zusammenarbeit der Trumpschen Wahlkampfmannschaft mit Russen. Das war der ursprüngliche Anlass, als die Untersuchung zu starten. Okay, und im Zuge dessen kam das dann auch noch alles raus. Und während dieser Ermittlungen hat dann Trump immer wieder Versuch unternommen, die Justiz diese Untersuchung zu behindern. Und deswegen ist quasi noch der Vorwurf der Behinderung der Justiz hinzugekommen. Der ist aber nicht verfolgt worden. Müller hat das offengelassen in seinem Schlussbericht. Er hat gesagt, der Mann ist Präsident, deswegen stelle ich das mal anheim. So, wenn er jetzt nicht mehr Präsident ist, dann könnte natürlich theoretisch das Justizministerium, neu besetzt dann natürlich von Joe Biden mit einem neuen Justizminister, sagen, okay, der Sache steigen wir jetzt nach. Jetzt ist er nicht mehr Präsident. Jetzt schnappen wir ihn uns und dann versuchen wir ihn wegen Behinderung der Justiz in diesem Verfahren dran zu kriegen. So, und jetzt kommen wir zu einem Dilemma, weil auf der einen Seite musst du natürlich eigentlich Rechtsstaatlichkeit walten lassen, weil das ist das Fundament des Zusammenlebens in so einem Staat, in einem demokratischen. Auf der anderen Seite würde natürlich die Verfolgung durch die Justiz die Spaltung im Land nochmal sehr stark verstärken. Also die Spaltung würde tiefer werden. Und die Vorstellung… Aber das ist doch kein Argument, warum man juristisch jemanden nicht belangen sollte. Hast du völlig recht. Ich sage ja nur, was das Dilemma ist. Das ist doch kein Dilemma. Also für mich ist das wirklich kein Dilemma. Für mich ist das überhaupt kein Dilemma. Ich würde auch sofort immer dafür plädieren… Aber warum formulierst du denn das denn gerade? Warum sagst du denn, dass das ein Dilemma ist? Ich versuche da nur eine andere Perspektive einzunehmen, nämlich die Perspektive von Joe Biden und von den Demokraten. Die Vorstellung, dass ein ehemaliger amerikanischer Präsident in so einem orangefarbenen Jump Suite in die Zelle wandert. Das könnte natürlich sogar auch wirklich für gewalttätige Auseinandersetzungen führen. Oder es zeigt einfach Bürgern eines Landes einfach nur, dass der Rechtsstaat in dem Land funktioniert. Bin ich voll bei dir. Und dass sie sich auf den Rechtsstaat ihres Landes verlassen können. Ich will ja nur erklären… Und dass unrechtmäßiges Handeln Konsequenzen mit sich bringt. Und ich glaube, wenn du langfristig rechtmäßig handelst, dann schaffst du eher eine Grundlage für ein gesundes Zusammenleben, als wenn du es nicht tust. Das glaube ich auch. Bin ich ja voll bei dir. Nur ich weiß, es gibt innerhalb der demokratischen Partei diese Überlegung. Darauf will ich ja nicht hinaus. Ich mache mir das ja nicht zu eigen. Ich beschreibe nur ein Dilemma, was da ist. Ja, das macht mich gerade richtig sauer. Das ist ja auch gut. Das ist ja auch okay. Das ist auch gut, dass sich das sauer macht. Mich macht das auch sauer. Ich beschreibe nur dieses Dilemma… Dann sag es doch! Ich habe ja gerade. Ich beschreibe nur dieses Dilemma, in dem dieses Land gerade so ein bisschen steckt. Das Gleiche war 1973, als Gerald Ford seinen Vorgänger Richard Nixon begnadigt hat, der nun wirklich mit dem Watergate-Skandal ein wirkliches Verbrechen begangen hat. Das war auch ein schwerer Fehler im Nachhinein. Und Biden wird sich da wahrscheinlich völlig raushalten. Er wird darauf verweisen, dass die Justiz unabhängig ist. Und dann ist einfach die Frage, was entscheidet ein Justizminister, soweit es bundesstaatliche Verfahren angeht und was entscheiden einzelne Staatsanwälte, was entscheiden zivile Richter. Dann wird man sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Und dann gibt es noch das Verfahren wegen verbotener Wahlkampffinanzierung im Zusammenhang mit seiner geliebten Stormy Daniels. Sie war ja groß in den Nachrichten schon länger her im Laufe des Jahres. Und die hat über seinen Rechtsanwalt 130.000 Dollar Schweigegeld bekommen. Gibt es noch eine zweite, aber bleiben wir mal bei der. Und da fragt man sich ja, wieso ist das jetzt verbotene Wahlkampffinanzierung? Wieso läuft da jetzt noch ein Verfahren? Weil nach amerikanischem Recht ist mit dieser Zahlung verhindert worden, dass Stormy Daniels während des Wahlkampfes ihre Beziehung zu Trump offenlegt und damit Einfluss auf den Wahlkampf nimmt. Und er hat gesagt, du kriegst das Geld und dann hältst du die Klappe. Und nach amerikanischem Recht ist das eben Wahlkampffinanzierung. Und du darfst eigentlich als Wahlkampffinanzierung nicht mehr als 2.700 Dollar ausgeben. Und wenn du mehr als 25.000 Dollar ausgibst, dann gilt es schon als Verbrechen. Und wir reden hier über 130.000 Dollar. Und deswegen ist es eben auch kein Vergehen mehr, sondern ein Verbrechen. Das ist also auch noch ein Verfahren, was läuft. Er hat jede Menge an der Backe, jede Menge Probleme, die eventuell noch auf ihn zukommen. Und wir werden sehen, was daraus wird. Ob ihn das behindert, 2024 wieder anzutreten. Wir werden es sehen. Man kann es eigentlich nur hoffen. Man kann es nur hoffen. Ich will gerade sagen, ich bin mir aber auch sicher, dass wir in unseren nächsten Folgen dann vielleicht auch noch mal... Nee, wir reduzieren das dann auf 5 Minuten. Wir gehen immer weiter runter. Finde ich gut. Ich finde auch wirklich so... Das ist ja wieder so eine grundsätzliche Frage, die man sich erstellt. Wie viel Raum sollte man solchen Personen überhaupt in der öffentlichen Debatte geben? Nicht wahr? Thema öffentliche Debatte. Lass uns zu einem anderen Punkt kommen, der mich in den letzten Tagen sehr beschäftigt hat. Was heißt in den letzten Tagen, der mich beschäftigt, seitdem ich geboren wurde, glaube ich? Die Frauenquote. Die Frauenquote. Ja, ganz genau. Also als Vater habe ich die ja schon mal eingehalten. Ich habe zwei Töchter. Das hast du ganz toll gemacht, Papa. Das ist gut, ne? Congrats. Ja, ich würde gerne über die Frauenquote sprechen. Und zwar würde mich, glaube ich... Wie wollen wir das machen? Willst du mich mal befragen im Umkehrschluss? Oder darf ich dich auch erst mal fragen, was du davon hältst? Weil das würde mich tatsächlich auch interessieren, um so mal einzusteigen. Oh mein Gott, du mischst mich ja voll auf den Lauf. Ja, weißer alter Mann. Was hältst du von der Frauenquote? Weiß ist richtig alt, weiß ich zurück. Also ich finde die Frauenquote, so wie sie jetzt gerade beschlossen worden ist, einen guten, richtigen Anfang. Also muss man einmal kurz sagen, was da beschlossen worden ist, glaube ich. Die Frauenquote bezieht sich auf börsennotierte Unternehmen, sowie auf paritätisch mitbestimmte Unternehmen. Genau. Und jedenfalls muss dann, sobald es mehr als drei Personen im Vorstand gibt, muss eine davon eine Frau sein. Also ab drei Personen. Ja, genau. Ich finde das eigentlich... Und ich glaube, diese drei... Und dann gibt es noch diese 30-Prozent-Regelung von Frauen. Und ich glaube, die gilt aber nur für... Das gilt für öffentliche Körperschaften. Also Krankenkassen, Rentenkassen, alle öffentlichen Körperschaften sind davon betroffen. Also wenn du mich fragst, ich finde das gut. Das ist ein guter Anfang. Ein bisschen wenig noch, weil ich meine, ich glaube, dass... Ich weiß ja nicht genau die Zahl, aber ich glaube, drei Viertel aller börsennotierten Unternehmen haben gar nicht mehr als drei Vorstände. Das heißt, da kommt gar nicht so wahnsinnig viel zusammen. Insofern ist es erstmal ein gutes Signal. Aber man müsste eigentlich auch noch darüber hinausgehen. Also ich habe mit der Frauenquote auch immer gefremdelt, aber ich habe inzwischen meine Meinung dazu auch geändert. Wieso hast du damit gefremdelt? Ja, weil ich eigentlich immer dachte, also wenn ich mich in eine Frau hinein versucht habe hineinzuversetzen... Eine zwei Meter vier große Frau mit wahnsinnig langen Beinen, auf die alle anderen Frauen total neidisch sind. Guck mal, das ist doch schon mal. Da habe ich mich immer gefragt, willst du eigentlich eine Quotenfrau sein? Also diese berühmte Frage, die schon hundertfach gestellt worden ist. Also wenn du irgendwo jetzt aufgrund dieser Quotenregelung in einen Vorstand berufen wirst, hast du denn Sorge, dass dich alle anderen als Quotenfrau sehen? So, und das fand ich irgendwie eine komische Vorstellung. Also ich meine, wir haben ja auch als Stern-Chefredaktion versucht, wirklich auch Frauen zu fördern, auch ohne Quote. Und deswegen hatte ich immer so ein bisschen, ich habe immer ein bisschen gefremdelt mit dem Thema Quote, weil aus diesem Grund, den ich gerade gesagt habe. Ja. Wie ist denn das eigentlich? Ich meine, will jemand, will eine Frau eine Quotenfrau sein? Boah, also ehrlicherweise für mich hat dieses Thema so viele Aspekte und da zahlt, da spielt so viel mit rein. Also zu diesem ganzen Thema Frauenquote und wie bringt man Frauen in die Position? Also ich versuche das mal irgendwie holistisch jetzt anzugehen, das Thema. Ja, ist aber tatsächlich so. Also für mich ist das, also erstmal ist ja die Frage, also diese grundsätzliche Frage, ist die Frauenquote gerade der richtige Weg, um Gleichstellung von Frauen, von Männern und Frauen in der Berufswelt tatsächlich herzustellen? Das ist für mich erstmal eine Frage. Fange ich vielleicht doch direkt mal mit an. Ich glaube, dass es sicherlich ein Signal sendet und dass es sicherlich Unternehmen dazu bringt, ich denke, es sendet sicherlich ein Signal, aber ich weiß nicht, ob es wirklich das, ob es direkt das Richtige tut und nicht vielleicht so einen kaschierenden Effekt hat, wie zum Beispiel, dass du sagst, wir verbieten Plastiktüten und deswegen machen wir was für einen Umweltschutz. Das ist für mich so ein bisschen was Ähnliches. Natürlich wird es Unternehmen dazu zwingen, ihre internen Firmenpolitiken so zu ändern, als dass Frauen innerhalb der Unternehmen mehr gefördert werden. Aber gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass es viele Frauen gibt, die jetzt gerade das Gefühl haben, dass jetzt so Goldröcke, also die Frauen, die sowieso schon privilegiert sind, in noch schneller und höhere Positionen kommen und es viele andere Frauen gibt, die vielleicht an anderer Stelle hadern und wo Diskriminierung auf ganz andere Art und Weise stattfindet, dann in dem Moment nicht gefördert werden. Ich glaube, was ein riesiges Thema ist, ist, also ich glaube, die Frage dieser Frauenquote und die Frage, sich zu stellen, bin ich da eine Quotenfrau, wenn man da nochmal einen Schritt zurückgeht, dann ist doch eigentlich relativ offensichtlich, dass wir immer noch innerhalb der ganzen Gesellschaft so einen falschen Blick auf das ganze Thema haben, oder? Also, dass du sich fragst, bin ich eine Quotenfrau und dass es zum Beispiel immer noch ein Thema ist, als Mann Elternzeit zu nehmen. Also, wie viele männliche Freunde habe ich, die gesagt haben, sie können nicht mehr als einen Monat Elternzeit nehmen, als Angestellter, aber auch und dann als Selbstständiger sowieso. Ich hatte ja gestern eine Diskussion dazu und da wurde mir gesagt, ich weiß ja, dass ich in meinem Beruf wahrscheinlich langfristig mehr Geld verdienen werde, deshalb ist es für mich klar, dass ich keine lange Elternzeit nehmen werde. So, für mich ist es in Ordnung, wenn einer von beiden in einem Haushalt weiß, dass die Person langfristig mehr Geld verdienen wird. Was aber nicht okay ist, finde ich, ist, dass es für die Person deshalb dann keine Option ist, langere Elternzeit zu nehmen, weil es in seinem Unternehmen schlecht angesehen ist. Was ich sagen will, ist also, dass diese Idee der Gleichstellung ja nicht bei einer Frauenquote anfängt, sondern eben bei so kleinen Sachen. Die fängt damit an, ist es okay, dass beide gleich viel Elternzeit nehmen. Also, und ist es, wie kann man denn zum Beispiel wirklich gewährleisten, dass wenn eine Person ein Jahr lang nicht in einem Unternehmen präsent ist, trotz dessen nichts verpasst und dann wieder an gleicher Stelle im Unternehmen weitermachen kann. Wie können Arbeitszeiten flexibler gestaltet werden? Wie kann Teilzeit noch besser gestaltet werden? Also, ich finde zum Beispiel diese, ich mache ja auch eine Viertagewoche. So, und ich bin damit immer noch eine totale Ausnahme. Und bei uns im Unternehmen zum Beispiel läuft das super und es fällt nicht auf. Ich hatte so Gehaltsverhandlungen und ich hatte Verhandlungen aufgrund meiner Position. Und die Frage, ob ich in einer Viertagewoche bin, hat da gar nicht stattgefunden. Das ist aber ein modernes Unternehmen, in dem du arbeitest. Genau, das ist toll, das meine ich ja. Und genau so muss es ja auch sein. Und ich glaube, das sind einfach Dinge, die fehlen total. Und ich glaube eben, dass dann so eine Frauenquote mit sowas ein falsches Signal sendet. So, das ist schon mal das eine. Dann, nächste Frage, die ich mir stelle. Frauenquote, wofür ist sie allerdings wiederum sehr gut? Das ist die Rolle, die Frage der Vorbilder. Weil was zum Beispiel auch ein großes Thema ist, weil ich hatte eben gestern die Diskussion zum Thema Frauenquote. Und dann wurde ich gefragt, willst du eigentlich Vorstand werden von einem Unternehmen? Und ich dann so, eigentlich nicht. Also will ich wirklich nicht. Weißt du doch noch gar nicht. Also wenn du mich jetzt gerade fragst, ob ich gerne Vorstandsvorsitzende von Delivery Hero sein will, dann sage ich, nein, will ich nicht. Ich will meine Ruhe haben. So, keine Ahnung. Okay, okay. Und ich habe da mit einer Freundin darüber gesprochen gestern, die meinte auch so, nein, sie will kein Vorstand werden von irgendeiner Bude. So, und dann ist ja die Frage, woran liegt das? Das liegt vielleicht daran, dass wir vielleicht gar keine Vorbilder haben. Also es gibt ja wenig weibliche Führungspersönlichkeiten. Und das war so witzig, weil gestern hatten wir dann eben so die Debatte. Und dann fragte ich mein Gegenüber eben, habe ich mein Vorbilder-Argument aufgebracht? Und dann fragte ich ihn so, ich so, ja, nenn mir doch mal drei Frauen an Spitzen von DAX, von großen deutschen Unternehmen. Und er zitiere dann irgendwann die Familie Quandt oder die Frau Quandt, die aber selber gar keine operative Verantwortung hat und einfach nur geerbt hat. Worauf ich hinaus will, ist, es mangelt uns an Vorbildern. Und das würde wiederum eine Frauenquote natürlich schaffen. Da gebe ich dir recht. Und also das Thema Vorbilder ist total, absolut, wahnsinnig wichtig. Und abseits von der Quote hängt es natürlich auch immer davon ab, wie ist eine Unternehmenskultur. Also ich kann dir zum Beispiel erzählen, hier bei uns im Verlag Gruner und Jahr, in dem hier der Stern und Brigitte und viele andere Kapitalzeitschriften erscheinen und unser Podcast und ich weiß nicht was alles. Wir haben ja eine weibliche Chefin, Julia Jekyll. Und als die vor, ich weiß nicht, wie lange das her ist, acht, neun, zehn Jahre, keine Ahnung, in die Geschäftsführung berufen wurde oder werden sollte von unserem damaligen Vorstandsvorsitzenden Bernd Buchholz, übrigens heute für die FDP als Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein, da wurde sie schwanger damals. Und Bernd Buchholz hat gesagt, das ist mir völlig wurscht, wir müssen hier zeigen in diesem Haus, dass wir das hinkriegen, dass du trotzdem als Führungsfigur ganz oben mitspielst mit deinen Kindern zu Hause. Genau, und da kannst du aber genau auch wieder dieses privilegierte Argument dann dagegen aufbringen, weil Julia wahrscheinlich die Möglichkeit hat, sich gut parallel mit Nannys und so weiter aufzustellen. Und das ist genau, also ich finde es trotz dessen ist es schwierig zu gewährleisten, Kinder großzuziehen und allen gleichmäßig gerecht zu werden und in der Führungsposition zu sein. Und ich bin mir sicher, dass da gerade ein tolles Exempel gesetzt wird, aber dennoch glaube ich, dass genau dann sowas ist, wo man sich fragen muss, wie schafft es nicht nur Julia, sondern wie schafft es auch ... Ja, da gebe ich dir recht, wie schafft man das auch auf mittleren Ebenen oder auf unteren Ebenen, dass man eben alles unter einen Hut bringt, wenn du dir schon weit vor der Geburt deines Kindes überlegen musst, in welchem Kindergarten melde ich sie jetzt an und kriege ich da überhaupt einen Platz. Das ist natürlich auch nochmal so eine Grundvoraussetzung bei dieser ganzen Geschichte. Also insofern glaube ich auch, dass die Frauenquote was macht, was bewegt, aber sie ist eigentlich, finde ich, mehr ein Signal, als dass wirklich Bewegung kommt in die Ebenen, in denen eigentlich Bewegung kommen müsste. Also nämlich gerade in diesen mittleren Management-Ebenen. Ja, wobei man, ich glaube, ich habe, wenn war das gestern, habe ich auch eine Studie gesehen, da wurde auch aufgezeigt, war von Boston Consulting Group, wurde aufgezeigt, dass in den beiden Management-Positionen unterhalb von Vorständen gar nicht unbedingt das Problem ist, dass es da zu wenig Frauen gibt, sondern wirklich tatsächlich nur auf Vorstandsebene. Und vielleicht, ich meine mal, ich hatte dann gestern diese Diskussion und mir wurde dann immer wieder vorgehalten, gut, du musst es auch einfach mal so sehen, also rein Männer und Frauen sind auch einfach nicht gleich. Also weil ich dann eben meinte, Frauen haben keine Vorbilder. Das Gegenargument war dann, Männer und Frauen sind einfach nicht gleich. Zum einen werden Frauen nun mal schwanger. Ihr habt dadurch einfach einen genetischen Nachteil. Plus, und da ist schon was dran, ich glaube, Männer sind auch kompetitiver als Frauen. Und manchmal, also das ist jetzt gerade vielleicht auch falsch, was ich sage. Weiß ich nicht, aber das ist schon ein Eindruck, den ich manchmal habe. Männer sind kompetitiver als Frauen? Nee, oder dieses Macht-Wollen. Okay, das ist was anderes. Und das ist ja was, was dich am Ende, gut, nicht kompetitiver, okay, ziehe ich zurück. Weil kompetitiv sind Frauen untereinander mit Sicherheit auch. Sage ich jetzt als Mann, traue ich mich einfach mal. Nein, nein, das stimmt doch, genau, Entschuldigung, das ziehe ich jetzt auch zurück. Aber was ich glaube, ist, dieses Streben nach Macht, das haben Männer schon teilweise doller als Frauen. Was aber vielleicht auch daran liegt, dass wir die Vorbilder nicht haben, wiederum. So, das kann natürlich auch wieder drin sein. Ich gebe dir recht, weil ich glaube, wenn ein Mann gefragt wird, willst du Vorstand werden, dann sagt er immer ja. Ja, eben, weil das ist wie dieses Bullshitting in Gehaltsverhandlungen. Genau, selbst wenn er weiß, dass er vielleicht gar nicht genügend qualifiziert ist. Ja, und eine Frau wäre dazu aufrichtig. Und vermutlich würde eine Frau sagen, ich weiß nicht, vielleicht würde sich eher eine Frage stellen, würde sich eher die Frage stellen, kann ich das überhaupt? Vielleicht morgens in den Spiegel schauen und so, bin ich qualifiziert genug? Kann ich das eigentlich? Und ein Mann würde wahrscheinlich sagen, der würde sich die Frage nicht stellen, der würde einfach unten rechts unterschreiben und würde sagen, super geiler Job. Und sich dann versuchen, irgendwie, wenn er nicht gut genug ist, irgendwie durchzumogeln. Ich glaube, das ist schon so ein Unterschied, den ich zumindest in einem langen Berufsleben hin und wieder beobachtet habe. Für dich ist die Frage, wenn du jetzt gefragt hast, willst du mal Vorstand werden? Die ist gar nicht relevant. Die Frage ist dann relevant, wenn dich irgendjemand in zehn Jahren jemand fragt, willst du in die Geschäftsführung oder willst du in den Vorstand dieses Unternehmens? Dann musst du die Frage beantworten. Als ich gefragt wurde mit 20, ob ich Chefredakteur werden will, hätte ich immer gesagt, lass mich in Ruhe damit. Ich will Reporter sein, ich will in der Welt rumfahren, ich will Geschichten erzählen mit meinem Fotografen zusammen. Ich habe überhaupt keine Lust, Chefredakteur zu werden. Trotzdem bin ich es am Ende geworden, weil irgendwann hat mich mal 20 Jahre später jemand gefragt und habe gesagt, okay, das interessiert mich. Gut, danke. Du hattest dann aber 20 Jahre lang einen Berufsweg, die du ununterbrochen auf deine Art und Weise bestreiten. Darum geht es doch jetzt gerade gar nicht, wie lange dein Berufsweg war, bis du dann Chefredakteur vom Stern wurdest. Was ich aber sagen will, war, du warst eben nicht schwanger zwischendurch. Eindeutig nicht. Eben, genau, und das meine ich ja so. Was wäre denn gewesen, wenn du mehrere Schwangerschaften gehabt hättest und du zum Beispiel nicht die tolle Geschichte in Äthiopien bei der Hungersnot hättest machen können oder du nicht mitbekommen hattest, wie auf Haiti dieser Babydog geflohen ist. Was wäre denn dann gewesen? Das weißt du doch irgendwie alles auch nicht. Und was ich damit sagen will, damit wird doch wieder offensichtlich, dass, damit mich jemand in zehn Jahren fragen kann, ob ich in die GF will, ich die Möglichkeiten brauche, um meinen Berufsweg bis dahin so zu bestreiten. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass diese Frauenquote, so wie sie jetzt platziert wird, eben wie du sagst, ein Signal sendet, hoffentlich auch langfristig Unternehmen zum Handeln bringt. Gleichzeitig könnte dieses Signal aber eben auch dazu führen, dass das eigentliche Problem verschleiert wird. Ja, da gebe ich zu Recht. Da will ich auch gar nicht widersprechen. Also bin ich total beide. Ich habe das ja immer wieder auch bei uns in den Redaktionen oder auch in unserer Sternredaktion, die wirklich sehr groß ist, erlebt, dass es schwierig ist für manche Frauen einfach dann den Job und vor allem, wenn sie dann alleinerziehend sind und die Kinder unter einen Hut zu bringen. Und dann braucht es einfach Flexibilität und es braucht Angebote. Ich weiß gar nicht, ob die immer gesetzlich verankert werden müssen, aber ich glaube, es braucht vor allem auch die richtige Unternehmenskultur dafür. Das ist, glaube ich, auch wahnsinnig wichtig. Das ist natürlich nichts, was du per Gesetz verordnen kannst. Aber wenn sich eine Unternehmensführung darüber im Klaren ist, wie wichtig Diversität ist und wie wichtig es ist, Frauen an jeder Stelle des Unternehmens dabei zu haben und gemischte Teams zu bilden, weil jeweils nur Männer- oder Frauenteams, das bringt es eben einfach nicht. Das weiß man ja. Dann funktioniert das auch. Dann werden auch flexible Methoden eingesetzt, wo man jetzt nicht mit der Stechöne dahinter steht, sondern sagt, okay, du bist jetzt mal vier Tage weg und es ist auch nicht so wichtig, ob du jetzt drei Krankmeldungen bringst, sondern du kümmerst dich jetzt mal um dein Kind oder machst irgendwas anderes für deine Familie. Genau, aber ich finde, das ist eben so etwas, was dann wiederum nicht nur einer Frau ganz normal ermöglicht werden sollte, sondern es sollte auch ganz normal sein, dass du gesagt hättest damals, ich kann nicht mit nach Haiti fliegen, meine Tochter hat Durchfall. So, und dann hätten alle gesagt, kein Problem, Andreas, schon in Ordnung, das ist, was ich mir wünsche und das ist für mich dann erst richtig Gleichberechtigung. Aber das ist natürlich auch noch eine Frage von, das ist dann ja etwas, was im Berufsleben stattfinden muss, aber was ja auch genauso in privaten Haushalten stattfinden muss. Also, dass du dir ja auch diese, das ist ja etwas, was zu Hause stattfindet, aber eben auch im Berufsleben, dass du als Pärchen dich so absprichst, als dass dann auch ein Mann eben rausgeht und das so kommuniziert. Da spielen ja ganz viele Faktoren mit rein. Das steht ja im Prinzip auch so im Grundgesetz, Artikel 3, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, steht da. Schöner Satz, seit 1949 im deutschen Grundgesetz. Das war natürlich, wir haben es mal kurz als Einschub, eine absolute Farce. Wollte ich gerade sagen, da durften Frauen doch noch nicht mal ein eigenes Konto haben, oder wie war das? Nein, ja, da musste auch noch Männer fragen, ob sie arbeiten dürfen in 1949, 1949. Ganz genau. Also, es galt im Prinzip das Familienrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches von 1900. Das bedeutete, dass der Mann eigentlich alles entschieden hat. Sobald du verheiratet warst mit einem Kerl, hatte der Zugriff auch auf das Geld, das eine Frau mit in die Ehe gebracht hat. Der war der Nutzen dieser und Verwalter des Geldes. Also, wenn du 1954 gearbeitet hättest und du wärst verheiratet gewesen, hätte dein Mann deinen Job kündigen können, ohne dass du was dagegen hättest tun können. Also, es war eine völlig absurde Situation, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Das ist dann 1957, glaube ich, geändert worden. Es gab 1959 ein Verfassungsgerichtsurteil. Da ist dieses Bestimmtheitsgebot, was die Männer bevorteilt hat, dann abgeschafft worden. Und dann gab es noch einen ganz entscheidenden Satz, der in diesen Artikel 3 eingefügt worden ist. Das muss ich mal eben nachgucken. Ich hatte mir das aufgeschrieben. Und zwar gab es 1994 eine Verfassungsreform und da ist in diesem Artikel 3 hinter dem Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, folgendes festgehalten worden. Anführung, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Zitat Ende. Das ist natürlich auch die Grundlage für so ein Gesetz für die Frauenquote. Übrigens, da möchte ich jetzt auch noch, wenn wir schon gerade einen historischen, einen Weg in die Historie machen, möchte ich auch gerne etwas hinzufügen, warum zum Beispiel die Gleichberechtigung von Mann und Frau in einem Land wie Schweden deutlich besser funktioniert und eine bessere Tradition hat. Wie kommt das? Also ich möchte Ihnen gerne erklären, warum wir eigentlich diese Tradition, dieses traditionellen Familienbildes in Deutschland haben. Übrigens, Fun Fact, das Wort Rabenmutter gibt es nur im Deutschen, das kann man nicht übersetzen in andere Sprachen. Ich meine, in Frankreich oder in, keine Ahnung, in skandinavischen Ländern oder was weiß ich, wo ist es ganz normal, dass Kinder bis 16 Uhr in der Schule bleiben und das war in Deutschland bis vor kurzem absolut verpönt. Ja, so, was ich dazu sagen wollte, ist, warum es überhaupt so schwierig ist oder warum es keine Tradition gibt oder warum es nach wie vor schwierig ist, Frauen in den Arbeitsmarkt in Deutschland zu integrieren oder warum es so lange so ein Thema war, liegt tatsächlich an der christdemokratischen Tradition unseres Landes. Also weil wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg eine christdemokratische Regierung und es gab dieses traditionelle Familienbild dessen, dass eine Frau zu Hause bleibt und wenn man arbeiten geht. Und deshalb wurden zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland Gastarbeiter nach Deutschland geholt, weil man nicht auf die Idee kam, Frauen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Wohingegen das in sozialdemokratischen Schweden ganz anders lief, da hatte man eine andere Denke, da wurde das Familienbild nämlich nicht so stark gesehen, als dass eine Person zu Hause bleiben muss, sondern da hat man die Frauen in den Arbeitsmarkt integriert. Und es hat dann eben dazu geführt, dass die heute viel, viel weiter sind als wir. Ja, okay. Interessant. Das finde ich auch interessant, ja. Ja, es gibt ja auch in Europa ganz viele Länder, Frankreich, Österreich, die nordischen Länder hast du gerade schon angesprochen, wo die Frauenquote völlig normal ist und es darum auch gar keine Diskussion und Aufregung mehr gibt. Ich glaube sogar Macron geht sogar jetzt noch einen Schritt weiter und will bis 2024 die Frauenquote auf 40 Prozent vorstellen. Das hast du in Norwegen schon. Genau, das gibt es in Norwegen schon. Und was ich nur interessant finde, ist, wir haben ja hier in Deutschland diese Regelung in erster Linie für Aufsichtsräte bislang gehabt und jetzt gibt es diese Regel eben auch für Vorstände. Das heißt, du gehst jetzt in den operativen Bereich in Unternehmen hinein und ich bin ziemlich sicher, dass es irgendeine Verfassungsklage geben wird, die sagt an dieser Stelle, wenn mir vorgeschrieben wird, dass ich eine Frau in den Vorstand hineinnehmen muss, wird meine unternehmerische Freiheit eingeschränkt. Da bin ich mal sehr gespannt auf diese Diskussion, die sich daraus entspann. Kannst du dir vorstellen, zum Beispiel, dass ein Mann wegen Diskriminierung klagt, weil er nicht den Vorzug bekommt vor einer Frau, die nachweislich geringer qualifiziert ist? Also dass ich dem Mann hingehe und sage, hey, wieso kriegt die meinen Job, den ich eigentlich haben müsste, weil ich viel besser qualifiziert bin aufgrund der Quote? Ja, auf jeden Fall. Also muss ich ja, also ganz ehrlich, wenn ich eher wäre, wäre ich ja genauso sauer. Also finde ich irgendwie einen besseren, wenn ich einen Werdegang hingelegt hätte, der 1A ist und ich mir dafür meinen Arsch abgearbeitet hätte und ich, was weiß ich, wie viel Gelder an Studienkrediten irgendwie irgendwo auf dem Konto noch abzahlen müsste, dann wäre ich ähnlich sauer, natürlich. Also ich glaube, da gibt es noch interessante Diskussionen, also nicht nur rechtlich, aber auch politisch. Ich finde es jedenfalls gut, dass ich das gemacht habe. Aber eben genauso stelle ich mir die Frage, ich will auch nicht die Quotenfrau sein. Also das ist ja genau das. Deswegen, ich weiß nicht, ob die Frau... Ja, das ist ja meine Ausgangsfrage wieder. Ja, genau. Die kann ich ja nur an dich stellen oder an der Frau stellen. Wie fühlt man sich denn, wenn man eine Quoten, wenn man in einen Job kommt, aufgrund, also man ist hochqualifiziert, ja, trotzdem ist man die eine Frau in einem, sage ich mal, vierköpfigen Vorstand. Naja, also entweder musst du, ich weiß nicht, also vielleicht darf man das auch gar nicht so unbedingt als Würde sehen, sondern vielleicht muss man das auch einfach sehen, also als das Zeichen, als das Exempel, das man ist. Und man muss diese Aufgabe dann vielleicht auch mit genau dieser Würde tragen und sich dann vielleicht selber das mal darüber stehen, dass es vielleicht andere Kandidaten gibt, die vielleicht besser qualifiziert wären, ein anderes Geschlecht haben. Aber dass du dir dessen bewusst bist, was für eine Verantwortung du langfristig für die Gesellschaft damit hast. Und dann bist du vielleicht gerne eine Quotenfrau, auch wenn du weißt, der hat noch ein MBA in Princeton gemacht und ich nicht. Ich finde, das ist echt ein geniales Schlusswort. Also das ist ein guter Punkt und da müssen wir auch gar keine Kontroverse drum haben. Das würde ich voll unterstreichen. Ich glaube, wir lassen es dabei gut sein und gucken uns an, was in den nächsten Wochen passiert. Nicht nur bei Trump, sondern auch bei dem Thema Frauenquote. Denn das muss ja auch noch alles in Stein gemeißelt werden. Ja, und ich würde gerne über die CDU sprechen nächste Folge. Das können wir gerne machen. Es muss noch in Stein gemeißelt werden. Also es gibt zwar den Beschluss in der Koalition, das muss aber auch noch ausformuliert werden. Und dann schauen wir, was nachher im Bundesgesetzblatt steht. Das wird sicherlich in den wesentlichen Zügen so bleiben, wie wir es jetzt auch besprochen haben. Das ist ganz klar. Aber wie das nachher gelebt wird, da sollten wir uns in einem Jahr nochmal drüber beugen und schauen, was hat sich eigentlich seitdem bewegt. Ich glaube eher in fünf bis 15 Jahren. Ja, deswegen, wenn es unseren Podcast dann noch gibt, ich würde so gerne mal so ein M&M essen. Ich würde so gerne mal so ein M&M essen. Was darf man immer nicht, weil das so knirscht im Mikrofon. Ja, vor allem sind das die Mitnüssen. Ja, die sind besonders gut. Und besonders laut. Also, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ja. Und zwar, wie immer, bei audionow und stern.de. Und übrigens zum Thema Frauenquote auch noch sehr zu empfehlen, der Stern-Podcast Die Boss. Stimmt. Nicht nur der Podcast Die Boss übrigens behandelt dieses Thema, sondern auch der neue Stern, der entweder ab heute Abend digital, also heute ist ja Mittwoch der 25. Dann quasi, wenn wir erscheinen, also jetzt nehmen wir am 23. auch, aber wir erscheinen am 25. Also, auch der Stern, der heute Abend digital verfügbar ist oder morgen früh am Kiosk beschäftigt sich mit dem Thema Frauenquote. Und falls Sie mehr dazu erfahren wollen, dann rate ich Ihnen, sich dieses Heft mal zu Gemüte zu führen. In diesem Sinne. Das war's. Das war's. Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Zum Schluss unserer Folge möchten wir Ihnen noch einen weiteren Podcast empfehlen. Worum es geht und was da alles erklärt wird, sagen wir euch die Hosts jetzt selbst. Hallo, ich bin Jens Schröder und einer der Hosts von Schneller Schlau, dem kurzen Wissenspodcast von PM. In diesem Podcast beantworten wir immer in wenigen Minuten Fragen aller Art. Zum Beispiel Redensarten. Warum sagen wir, jemand hat sich verfranst? Oder physikalische Fragen, technische Fragen. Was passiert eigentlich, wenn ich einem schwarzen Loch zu nahe komme? Hört doch mal rein. Schneller Schlau auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now